Wir machen einen alten Titel aus den 40er Jahren, 1943, im Original, was keiner weiß, hat ihn niemand anderes gesehen, als Thomas Deling. Er war unmittelbar nach Kriegsende hier sehr populär, gab auch deutsche Texte dazu. Wir versuchen den auch. Die meisten kennen ihn. Untertitel von ZDF und ZDF und ZDF Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Sentimental journey Sentimental journey Sentimental journey Sentimental journey Sentimental Pit Vielen Dank.